Oh mein Gott, stell dir mal vor, du fällst von dieser Höhe hier runter. Du kannst hier nicht runterfallen. Was? Ja, wie ich es gesagt habe, du kannst hier nicht runterfallen. Zumindest nicht auf dem Boden. Was redest du? Das stimmt ganz, ganz sicher nicht. Die Luftströmungen hier sind so stark, dass es unmöglich ist, auf den Boden zu fallen. Du verharrst mich wohl gerade. Nein. Ja, ja, weißt du was? Warum zeigst du es mir nicht? Komm, los, zeig es mir. Zeig mir, wie du hier runterspringst und nicht runterfällst. Äh, ja, okay, wie du willst. Bro, das war ein Scherz. Was? 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 Das kann nicht sein. Ja, siehst du, die Luftströmungen sind so stark, die halten mich hier einfach. Siehst du, versuch es selbst. Okay, ich versuch es glaube ich wirklich. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ah, da hat er wohl die falsche Strömung gewischt. So ein Jammer. Oh mein Gott, du musst endlich damit aufhören, die Leute zu verarschen, Superman.